Guten Morgen Leute! Heute wird morgen welcher Kofferfett an. Heute sollen sogar hier 30 Grad werden. Ich habe mir gestern so einen Mulsie geholt. Alter, war der eklig. Das geht nicht mehr. Wie gesagt, ich gehe das mal frühstück holen. So, jetzt gibt es eine runde Frühstück. Lecker Ei. Aber diese Box hier, ne? Die geht gar nicht. Komm, wie das aussieht. Schaut euch mein leckeres Buffet-Teller an. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Nach dem Frühstück wollten wir uns eigentlich eine Luftmatratze holen. Die kostet 100 Storti. Die schmultfurt sich. Natürlich nicht mehr die billiger. Und hier ist einfach alles in die Ecke geschmissen. Heute mal wieder mit dem Roller am Start. Und hier ist scheinbar auch ein Einkaufszentrum in Misdrol. Misdrol, ah scheiße. Und letztes Jahr ist ein kleiner Park hier, aber es ist richtig schön. Keine Plung vorher, was jetzt so schön im Park aussieht. Höchstens von der Buga. Die 20 Euro kostet. Nee, das ist ja richtig kalt. Einfach so gute Sportgeräte. Das heißt ja, alle mit drin. Den zum Laufen hier, den kennen wir ja. Ich glaube, da setzt man sich so rauf und stößt sich ab. So. Ich glaube, das ist für die Hüfte. Ein bisschen Seitengelenk. Und das ist für... Gute Frage. Ich stelle mich mal rauf vor die Gitarre. Alter! Okay. Ja, entspannt. Ich wollte gerade wieder losfahren. Ein bisschen weiter gucken. Aber... Jetzt habe ich die Dinger nicht gesehen. Hier ist eine ganz normale Parkbank. Ein bisschen chillen. Ich glaube, da kannst du ein bisschen die Beine bewegen. Jetzt sind wir wieder gemütlich am Strand. Heute habe ich nicht so viel erlebt, sag mal. Er hat nur am Strand gestillt und so. Jetzt kommt hier eine kleine Regenwand. Hier wird da und so. Und heute ist wieder Musik an. Die Aufnahme vom Tag zuvor habe ich leider nicht gefunden. Ich glaube, ich habe sie gelöscht. Meine Vermutung ist, dass es irgendwie ein Zeichen sein soll, dass die Bademeister dahinten wissen, wann sie Feierabend haben sollen. Feierabendlied.